Hallo, mein Name ist Guido Maria. Herzlich Willkommen an der Gesamtschule Waldroh. Gesamtschule Waldroh, wir sind kreativ! Man hat hier sehr viele Chancen, was zu machen. Unser Schulmotto heißt ja Mut, Chancen, Erfolg. Wir wollen Schüler ermutigen, dass sie ihre eigenen Stärken erkennen und diese Stärken dann in der Schulzeit weiter ausbauen. Wir vergeben hier verschiedenste Abschlüsse, von dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 bis drauf zum Abitur, aber auch den Schülern alle Perspektiven zu geben, was könnte ich in meinem Leben erreichen und was kann ich tatsächlich erreichen. Ich finde die Schule ist einfach sehr geil. Ich mag die Schule. Besonders ist, dass man hier auf die Berufswahl, generell die Berufsvorbereitung eingeht. Wir haben hier eine Reihe von Schülerfirmen, in denen die Schüler eigenverantwortlich arbeiten. Wir haben hier an der Schule einen Skikeller, wo ich hier gerade stehe. Hier arbeiten wir. Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir arbeiten. Die Skiwerkstatt ist weit über die Stadtgrenzen und noch darüber hinaus bekannt. Und da lernen die Schüler auch, was heißt das wirklich, in einem Betrieb vielleicht auch zu arbeiten. Denn da geht es ja um Kunden von extern. Dieser Sinn nach Kooperation, der wird hier ganz groß geschrieben. Dass jeder irgendwie mitgenommen wird, also dass keiner auf der Strecke bleibt. Wir pflegen hier das Lob des Fehlers und Fehler sind das Salz in der Suppe. Wenn man die Suppe gar nicht erst kocht, kann man auch nichts lernen. Mut, Kraft, Erfolg! Gut! 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 Gut!